Viele Menschen verstecken sich gerne hinter einer Maske, weil sie ihnen Sicherheit verspricht. Sie spielen oftmals eine Rolle, ohne zu wissen, dass sie ihre eigene Wahrheit dadurch aufgegeben haben. Welchen Teil von deiner Maske könntest du heute aufgeben? Zeige dich so, wie du wirklich bist. Du bist wundervoll, einzigartig und liebenswert, auch wenn du bisher etwas anderes geglaubt hast. Wachse heute über dich selbst hinaus und sei mutig. Zeige dein Innerstes.